So, ich gehe ein in mein 3 und als Plus. So, ich gehe ein, es ist jetzt egal, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will jetzt nicht mehr warten. So, 3. Warte, dann können wir noch kurz die Umfrage beenden. So. Gut, dann würde ich sagen, 3, 3, 2, 3, 1, Gönn. Bitte, bitte. Jesus! Jesus, Gabriel! Jesus, ey, let's go! Holy shit, ey! 1,3!